Hallo ihr Lieben, hier ist der Graf von Unheilig. Herzlich Willkommen bei JokeTV. So, jetzt kommt mein Witz. Das Telefon klingelt im Büro. Ein Angestellter hebt den Hörer ab und fragt, welcher Idiot wagt es mich in der Mittagspause anzurufen? Da brüllt der Anrufer, wissen Sie eigentlich mit wem Sie sprechen? Ich bin der Generaldirektor. Der Angestellte erwidert, wissen Sie eigentlich mit wem Sie sprechen? Der Generaldirektor antwortet, irritiert, nein. Worauf der Angestellte sagt, na dann habe ich ja Glück gehabt. Und legt auf. Tschö.